Harald Glöckler ist Deutschlands schrägster Modemacher. Ein Mensch wie von einem anderen Stern. Man muss ja aus der Masse heraustreten. Doch wie funktioniert sein Imperium? Ich rieche, gell? Und wie ist die Kunstfigur Glöckler privat? Was hast du in deinem Körper? Schon machen lassen. Nichts. Ich trinke Wasser und ich hab gute Gene. Friedmann schaut hin. Glitzer, Glamour und Geschäft. Heute auf N24.